Wieder Kaktus-Eis? Ja. Aber wisst du was? Eben. Scheiße, von dir hat Aufnahmen, ne? Ja, komm. Sonst würde ich ja jetzt was sagen, aber... Nee, weil das liegt da, ist gerade auf YouTube. Nee, nee. Oh, ich hab eben so ein... Dings... Ähm... Kennst du das, wenn du... Du furzen musst, ja? Ja. Aber dann halt so ein bisschen was mit rauskommt, ja? Ja. Also es ist unverhofft, ja? Es ist zwar nicht in meiner Hose gelandet, aber es war schon sehr, sehr knapp auf jeden Fall. Bin ich direkt erst mal nach unten geraten. Schon ein bisschen ausgetreten, ja? Oh, das war schlimm, Alter. Ja, nämlich auf die Trillette gegangen und hab erst mal einen riesen dicken Kuhhaufen gelegt, ne? Wild. War schön. Hatsparthrom. Oh, Gott.